dann laufen wir mal ein bisserl joe alter wie viel seid ihr da hinten bitte jungen wie ist die aber aus noch mama mia da nur schulter getroffen oder was mies mies also mir macht es mal auf jeden fall extrem viel spaß ist halt so ein adrenalin kick würde ich jetzt nicht sagen aber es macht spaß da läuft da läuft dann wer läuft dann sehe ich habe ich ihn natürlich sind die schubkarten immer aus ja so hergestellt dass du gar keine probleme hast da irgendwie was sich zu drucken oder sowas die halten alles aus als eine panzerfaust dagegen klatschen die bleiben auf einer stelle stehen haben wir da einer so ich habe noch nicht alle erlegt da kommt der nächste munition ist teuer wir müssen sparen geht er schon da es hat so noch eine alte ki die ja maschinengewehre hier schaden ist das trallala aber ja was willst du damit perfekt perfekt aber ich vermute sehr dass wir hier nichts mehr finden werden phänomenales sniper geil das hätte ich jetzt nicht erwartet dieses für unten dringen ja für diese grenades raketenwerfer bin ich voll bedient das ist sehr geil einer war ist hinter mir geschlafen wir schlafen so sehen wir hier noch jemanden natürlich speicher nicht vergessen und mal auf die uhr schauen wäre auch nicht so verkehrt 10 uhr 15 sagt meine uhr dann würde ich sagen noch 15 minuten und danach machen wir feierabend morgen muss ich auch noch schaffen noch ein paar sachen noch vorbereiten und rollpunkt ok muss ich noch ok hier sehe ich niemann denn doch besser ein kolleg semer die anderen sehen wir nicht kurz mach mir doch nicht so erschrecke sehr gut der bäu hat sich schlafen gelegt wir schwimmen und sagt mich irgendwas wieder ein hochschrauber bitte nicht ich habe gar keinen bock auf hochschrauber leute er hat nein sagt mich das ist wieder ein hochschrauber ich will das nicht ich habe mich schon erwähnt ich habe ich das schon erwähnt nur mit raketenwerfer und auch nur mit drei kugeln ich habe keinen bock auf die raketen dinge raketen sage ich auf die hochschrauber die sind so ekelhaft ey diga 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 ey ne also hier scharf schützen wir sie hier rein zählen und abdrücken alter fertig feierabend da schläft mama mia ich höre den alter ich höre diesen kleinen propeller alter so wo kommst von wo kommst du her was willst du von mir überhaupt von da kommt er so jetzt bleibt mal kurz stehen bitte boy so und nicht anders meine leute so und nicht anders der hubschrauber muss leiden er muss sehr schwer bluten aber gut ja ich weiß ich habe die letzte kugel drin ja entweder entweder so oder halt irgendwie anders aber ich hatte gerade lange zu schnaxeln also deshalb kurz und schmerzlos da leben ja noch genug und ich stehe auch noch neben der karre also sehr explosive spannung hier ja chill Junge wie nah warst du bitte auf jeden fall was ich vorhabe noch dass man auch noch kreise 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 zwei und drei noch anspielt also wenn ich kreise 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 zwei am meisten also von der story vom design und jeglichen finde ich den am maximale panzerung am besten genau und vom matchmaking und so weiter ist meines erachtens die auch etwas besser aufgebaut also hier grafik grafik technisch und so weiter was brauche ich brauche nicht unbedingt money ja genau so sieht es aus so wir müssen irgendwo da noch dann latschen wir mal wieder eine weile maximales tempo energie kritisch maximale panzerung so was jetzt hier wieder kommen wird das haben da ich ja im letzten stream binde strich videoaufnahme hier schon eigentlich so weit gekommen bin also bis zur base wo dann der prof drin ist und jegliches hatte ich sozusagen das problem ich habe ja ich habe eigentlich vergeigt die aufnahme gescheit aufzunehmen und dadurch hatte ich das problem ja dass das video weg war ton also ihr habt eigentlich alles gehört aber nichts gesehen das ist natürlich eine quali die man euch nicht unbedingt geben möchte weil das halt bullshit ist wollte ja auch mal sehen man wollte ja auch mal sehen wenn man hier so ein paar handshots verteilt und so weiter junge die knallen einfach auf sich drauf die schäppern bis zum anschlag hin du machst schüsse in die rein wie jetzt ob du sonst keine ahnung ein pressluft hammer bist die mit dir die so schadenstechnisch äh spüren wir nicht können wir haben wir nicht gespürt ne also ganz 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 entspannt naja ekelhaft bleibt doch verdammt nochmal stehen boi ey da hat einen ins gesicht kassiert du bitte doch auch mal beweg dich doch nicht die ganze zeit man da kam jetzt die letzten übrigens wenn ihr irgendwie äh munition zu hause habt und ihr habt an der munition ganz vorne an der spitze so farbe drauf merkt euch das sind äh äh wie nennt man das äh munition mit leuchtspule dürft ihr nicht haben das ist illegal in deutschland zu besitzen Junge leg dich hin ja sehr illegal also ihr könnt dafür schon schon gut äh im knast kommen he he wollte ich nur so anmerken weil ich es gerade eben gesehen habe natürlich wieder abspeichern ja wie ihr gerade gesehen habt kurz verreckt wegen 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 sozusagen einer kleinigkeit und danach halt den ganzen salat was wem denkst du wenn du alleine bist so der entspannt sich der ich weiß nicht ob da jetzt noch jemand kommt machita Junge die ziehen mir halt so viel schaden rein ey das ist abartig ne die drücken mir da so eine schadensquelle rein wo ich mehr von nur denke digger never vor allem wenn du halt auf der maximalen äh schwierigkeitsstufe spielst ey du machst halt ja was soll ich sagen du fragst halt so instant schnell das ist abartig vielleicht mal wieder mal ab so jetzt würde ich aber plädierend eventuell so wer sieht mich wer sieht mich wer hoi Suse ja wo du bist du ja schreie net geht schlafen ist gesünder okay so dann würde ich sagen mal kurz mit der Sniper Arbeit maximale Stärke oh wackel doch nicht so rum man was was geschlafen jungen maximale Panzer maximale Stärke ey das wackelt so hinter ey ja jetzt alter maximale Panzer maximale Panzer maximale Panzer maximale Stärke mit dem treff ich jungen 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 ey wenn die dann von der Seite angeschrien kommt denke ich dir auch nur so digger halt doch dein dein mundwerk und deinen schließmuskel vielleicht auch noch junge junge ooo ne 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 ole hast du gesehen wie der sich auf die auf mich gezielt hat ey der hat gezielt als ob der sein aim hatte seines Jahrhunderts ey das gibt's doch nicht Katastrophe Katastrophe. So, Sniper hinlegen, zielen, rein ins Gesicht, abdrücken, Feierabend.